Ich hab mich überwunden, Würsing zu essen und du solltest es auch tun. Denn Würsing ist wirklich krass. Hey, ich bin Josi und Petit Model speichert das Video und macht gern das Plus weg für wirklich nices Wissen. Was kann dieser Superkohl aber eigentlich? Würsing eignet sich durch seinen Geschmack auch super für Leute, die Kohl eher weniger mögen. Er liefert super viel Vitamin C. Eine Portion von 200 Gramm deckt somit den Tagesbedarf an Vitamin C. Und liefert damit fast genauso viel Vitamin C wie Zitronen. Das schützt unter anderem uns vor Zellschäden. Super Kalium-Lieferant, senkt den Bluthochdruck und verringert das Risiko von Schlaganfällen, Corona und Herzkrankheiten und ihren Erkrankungen im Endstadium. Würsing hilft super beim Abnehmen. Die Bitterstoffe unterstützen den Darm dabei, Fett besser aufzuspalten und zu verbrennen. Die Ballaststoffe führen zu einem raschen Sättigungsgefühl und verhindern Heißhungerattacken. Ich hab übrigens schon ein super leckeres Würsing-Rezept gepostet, also schaut da gern mal vorbei. Würsing soll auch tatsächlich gegen Krebs helfen. Würsing enthält nämlich Schwefelverbindungen, sogenannte Senföl-Glycoside, auch Glucosinolate. Beim Kauen oder Schneiden werden diese in Senföle umgewandelt und das ist wiederum ein natürliches Krebsmittel. Wirklich beeindruckend.